Was mich stört, ist, dass ich das Gefühl habe, sie sind gegen alles, was für Deutschland ist. Also sie bellen sofort auf, wenn sie das Gefühl haben, man ist irgendwo islamkritisch. Dann bellen sie sofort und stecken einen ins rechte Lager. Man hat immer das Gefühl, alles was für Deutschland positiv wäre, sind sie dagegen. Und für die anderen sind sie dafür. Ich darf noch erinnern, wenn ich daran denke, an diesen Kölner, an dieser Domplatte, was da passiert ist. Dann habe ich Interesse verfolgt, wie die Grünen reden, waren sogar Frauen, wo man eigentlich denkt, jetzt explodieren sie. Aber nein, sie haben uns Männer beschimpft als Deutsche, die beim Karneval und am Oktoberfest noch viel größere Schweine sind. Und plötzlich war das relativiert dieses ganze Thema. Da habe ich also gedacht, jetzt geht's los.